Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin dieses Mal hier in einem Parkhaus in der Privat-Ungersee-Stadt. Die Kamera ist gerade gerichtet auf dem Bahnhof Neustadt. Ich stehe hier also quasi an der Weserbrücke. Ich war hier schon mal. Ich hatte hier aber noch bisher keine Videos gemacht. Bilder sind, glaube ich, in unserem Trainspotting-Gammelvideo mit eingeflossen. Aber halt nur als Bilder ohne Video dazu. Das ist wahrscheinlich das ganze Ende, wenn ich mich richtig erinnere. In die andere Richtung geht es dann entweder zum Hauptbahnhof oder zum RWF. Es gibt also einen Abzweig einfach. Ansonsten lasst mich mal überraschen, was hier so durchkommt. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. So, was man da hinten gerade sehen kann, ist der Containerzug. Der kommt, soweit ich weiß, aus Wilhelmshaven. Der macht da Kopf, um dann zum GVZ nach Bremen-Grolland zu kommen. Das heißt, die Lok wird gleich umsetzen. Müsste, wenn ich richtig im Kopf habe, eine Foslo DE18 sein. Die Lok ist es so cool. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 So, da fährt sie jetzt umsetzen. Das erste Mal, als ich das gesehen hatte, hatte ich mich nie noch gefreut, weil ich diese Verbindung nicht kannte, dass es direkt nach Prolland geht, mittlerweile weiß ich das, also wir fahren hier wirklich nur ein bisschen gerade ran an die Brücke oder gerade rauf und dann geht es weiter. Gleichzeitig wurde hier aber an sich gerade eine Fahrstraße gestellt durch den Hauptglas in Richtung Dämmhorst. center am 0. wei. Journalist. Nord Stream 0. Letzende. Verdammt. Zwischenbergabe. Nord Stream 0. Rundfunk So, also nochmal, also ich werde es gar nicht bestätigen, es handelt sich um eine D18EVU ist Lowcon und ja, das ist jetzt einfach Zufall, ich wusste nicht, dass es aufgenommen wurde. Also, ja, das ist nochmal die gleiche Wachtturke, die wir eben beim Umsetzen beobachtet haben, aber das heißt, es fängt jetzt hier gerade von den zwei Stücken in der V-Stadt. So, also in der V-Stadt. So, jetzt hier kommt den Baden-Bee, da hast du nicht mehr gefunden. Und jetzt hier, da ist die Tabletball-Bee-Kreisig. So, jetzt hier kommt den Baden-Bee-Kreisig. So, jetzt hier kommt den Baden-Bee-Kreisig. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR